ja auch freude wie sich denn doch herausstellte habe ich doch das erste kapitel nicht geschafft ok ich will nicht wir haben im inventar jetzt diesen unterkiefer soweit ich mich erinnere ist im keller diese mannika wo man diesen wo man vielleicht den kiefer aufpacken kann also ich würde einfach mal sagen wir probieren das jetzt einfach mal und gehen da runter scheiße Das ist ein schöner Ding. Ja, die geht wohl nicht auf, das ist ja super. Ja, genau, da dachte ich mir das. Was ist das, was ist das, was ist das? Oh Mann... Oh... Alter... Wie geht's er? Äh? Äh, wo bin ich jetzt? Funktioniert nicht? Ist doch schön. Funktioniert nicht. Andere Seite verschlossen. Äh, komm mal, das mal runter. Ah, fuck. Warte. Äh, komm mal runter. Ah, komm mal runter. Okay. Heißt das, wir dürfen in den Raum nicht rein? Oder was? Oder wie? Wer war denn denn da für eine Scheiße? Okay. Seine Katon. Oh. Äh, jetzt. Puh. Puh. Oh, hell. Oh, Mann. So, Fünster wie Bärmarsch. Ist das ein Bril da vor, oder? Das ist ein Bril da vor, oder? Das ist haschig. Oh Gott. Oh, hier passiert doch eine Scheiße. Oh mein Gott. Das biegt jetzt einfach zu bescheuert, oder was? Alter, da ist so fucking duster hier überall. Alter, da ist so nett, da ist so nett, da ist so nett, da ist so nett. Oh, die Penner, die Penner, ey, sind das Wixer, Mann, wieso machen die sowas? Oh, nein. Okay. Okay, fotografieren, findet der Geist nicht gut. Was, 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 was ist los, was ist los? Ey. Oh, herhauf. Lass mich. Ey, da ist los, komm nicht her, komm nicht her, geh weg, geh weg. Oh, komm, da, da ist er, da ist er, da ist er. Ey, zeig mal, zeig mal. Oh, nee, könntest du mir, könntest du mir, Folge, Folge enden. Ey, die Spinner wohl. Ich muss jetzt hier, wenn der Geist kommt, muss ich hier so ne... Nichts... Nein! Was? 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 Oh, ich kenne die Musik noch. Oh, ich kenne die Musik noch. Oh, was? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Alter. Ey, macht nicht so eine Scheiße hier. Oh, nee. Aber da ist was drin. Nein, das sieht nicht so aus. Mann. Nicht sein Scheiße ernst, Alter. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Was ist denn das abgetreten? Ich mache Teile vom Arbeitszimmer, Wohnzimmer. Das ist nicht für ein Scheiße, Alter. Oh, okay. Oh, okay. Also, die Folge kriegt mich hier aber richtig. Mann. Oh, okay. Bin ich für ein Scheiße. Okay. Oh, okay. Okay, 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 okay. Oh, krass, der Schatten ist weg und der Schatten ist weg und der Schatten ist weg. Jetzt sind der da weiter. Warten jetzt, warten jetzt, warten jetzt, warten jetzt. Nope. Nope. Ein Dynamische Thinitarst voll? So, eine Musik jetzt wirklich mal... Wer jetzt weg? Aha. Aha. Guck mal. Naja. Man kommt halt so bedingt dran vorbei. Okay. Okay. Ja. Okay, schön. Schön. Und ich geh jetzt hier runter. Und da war der Dings. Das ist doch mal schön da was. Ja, das ist halt die Welt des Dämones. Ja, das ist halt die Welt des Dämones. Und der bewegt sich... ...über scheiß Schränke vorwärts. Ja. Soll ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt hier machen? Ich glaube, ich habe keinen Plan, wo ich gehen muss. Was ist das? Was ist das? Ah, ist doch schön. Oh, oh. Wut, 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 wut. Wie, wo ist er, 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 wo ist er. Oh, Power up, Power up. Wie, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Oh Gott. 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 Oh Gott.